So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge X3 Album mit der EMC 4P Mod. Ja, ich muss dieses M0 hier, beziehungsweise meine terranische Freunde, müssen dieses M0 entern. Ich hab's ja bei der letzten Folge mal getan, aber leider fehlgeschlagen. Hm, passiert. Aber 20 Marieninfanteristen sind wieder zurück. Was passt dir? Das passt. Gut, müssen wir halt nur warten, bis die anderen Marines hier, die zwei Stücke, die zwei Gabberts, dass die dort versuchen können, halt eindringen zu können. Aber das größte Problem, was ich habe, ist hinten das Nest von diesen mutierten Raumfliegen. Gibt man das noch? Ja, da hinten ist es. Da wird, sag ich mal, die Station schon ordentlich beschädigt. Nein. Die Station wurde schon zerstört. Okay. Und da kümmert sich jetzt noch dieses Großkampfschiff drum. Um dieses Nest. Äh, ich weiß nicht, wer gewinnt. Wer gewinnt? Da sind die Schille... Ne, die Schille ist noch da. Wie es aussieht bei beiden Schiffen, oder? Sind die Schille noch da bei beiden Schiffen? Sieht man jetzt noch schlecht? Ja, sie sind noch da. Sie sind noch da. Da bin ich mal gespannt, wer da gewinnt. Ne gute Frage, ne? So, was ist denn hier los? Äh... Beschütze. Ja, ich beschütze, ja. Aber wieso brauchen die so Ewigkeiten? Hängt's da wieder mit der Plot? Ja, die taumeln wieder hier rum. Okay. Die taumeln hier wieder herum. Hm. Ich glaube, ich muss da wieder neu starten. Ich glaube, ich muss da wieder neu starten, weil das... Normalerweise müssten die dann sofort angreifen, dass hier nichts passiert. Das ist ein bisschen seltsam. Sieht ja, äh, beschütztes Schiff. Äh, naja. Genau, das war die Sache gewesen mit meinen zerstörten Schilden. Wir haben die Koordinaten. Sie stimmen mit der Flugbahn dieser AGI-Schiffe überein. Auf geht's! Pilot, ich übergebe Ihnen das Kommando über ein Enterschiff. Geben Sie Ihr Bestes und versuchen Sie, das CPU-Schiff zu übernehmen. Aber zerstören Sie es dabei nicht. Wir haben den Kolonisten von Aldrin nämlich zugesagt, dass wir dieses Schiff beschützen. Mhm. So. Das ist klar. So, jetzt kommt... Ja, das Raumfliegen, das kommt jetzt da hierher. Genau, da ist es ja schon. Das Nest. Es ist wieder da. Äh. Schiff? Ach, ja, keine Faxen. So, das bin ich ungefähr gleich schnell wie die, äh, die Tür. Ähm, hab ich noch... Ja, hab ich noch. Ja, diese Raumfliegen, die nerven ein bisschen. Besonders jetzt, weil die auch im selben, äh, System sind. Wie ich jetzt, äh, aber dafür hab ich ja viele, viele gute Freunde, die mich ja beschützen. Hoffentlich. Hoffentlich. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob dann, ähm, ob dieser Plot schon wieder hängt. Ich weiß es nicht. Ich lass das jetzt da alles hier, die, die Kerle hier tun. Und da bin ich mal jetzt da gespannt. Da ist es. Bereiten Sie sich auf den Beginn des Enter-Manövers vor. Und beschützen Sie die Enter-Mannschaft um jeden Preis. Sicher doch. Mach ich. Und los, Pilot. So. Hier ist die Frage. Was macht ihr? Was soll's sein? Sie sind bereits am Ziel, Pilot. Ui, jo. Jetzt aber. So, die Schilde sind weg. Ja, ihr guckt wieder hier herum. Beschütze. Seltsam. Wieso übernimmt er das nicht? Sind meine Marines so schlecht? Ah, der ist oben nochmal am Kämpfen. Sind meine Marines so schlecht, dass die dieses Schiff nicht übernehmen können? Kann das wirklich sein? Weil, das ist ja eigentlich eine M0 in dem Fall. Oder ist es eine M0? Ne, eine M1. Ich dachte, das wäre immer eine M0 gewesen, weil... Wie war das mal bei, äh... Bei X3 Union gewesen? Da gab's ja auch solch ein Schiff, oder? Und das war, glaub ich, damals eine M0. Kann doch sein, dass ich mich jetzt da irre. Ich weiß es nicht mehr. So, ich speichere hier mal. Und schicke meine Marines wieder los. Äh, mit der Hoffnung, dass die das jetzt da schaffen. Was war das? Weil irgendetwas hat hier geklopft. Oder ich hab wieder Halluzinationen. Keine Ahnung. So, Marines los schicken. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Also, ich schätze mal, äh, das wird nix bringen. Hör doch mal auf, die Raketen zu schießen. Hör doch auf, die Raketen zu schießen. Was passiert jetzt da? Muss ich... Ich lass mal, äh, den Zinser mal nicht laufen. Es konnte nämlich sein, dass da, äh, bei der letzten Tour ein kleiner Fehler passiert ist. Hm. Und nun? Marines? Sind sie überhaupt alle an Bord? Beziehungsweise an der Hülle? Sind sie denn alle da? Wie es aussieht, ja. So, jetzt geht's los. Wir beginnen damit, die Schiffshülle aufzuschneiden. Hm. Durch die Höllenpanzerung! Gibt's doch nicht. Wir müssen abbrechen. Los, Männer! Herdbeineider! Äh? Versteh ich nicht. Wieso... Wieso fliegen die anderen zwei... Beziehungsweise die andere Skabat nur rundherum? Versteh ich nicht. Habe ich ein paar Marines wieder da? Ja, ein paar Stück habe ich wieder da. Die Hälfte davon. Sag mal... Kann es sein, dass dieser Plot wieder hängt? Kann es wirklich sein, dass ich hier nochmal einen Plotstopper habe? Dass, äh... Dass die andere Skabat hier nichts tut? Was soll's sein, Pilot? Sie sind bereits am Ziel, Pilot. Terrana Skabat. Ja, wieso? Pass mal auf. Also irgendetwas scheint da wieder nicht zu stimmen. Weil das wäre jetzt, sag ich mal, das erste Mal, wo ich jetzt bei der Vanilla-Plot-Mission äh... einen Stopper habe. Und das kann irgendwie nicht sein. Null. Das war Live-Konfin... Ja, komm, live weg. So, übernehmen. Was passiert, wenn ich das jetzt da mache? Mit dem hier, zerstören. Mission gescheitert. Und nun? Ja, äh... Und nun? Ich verstehe das nicht. Hä? Ja, das Nest wurde zerstört, sehe ich gerade. So, noch ein paar kleine Jäger sind noch da. Die ein bisschen rumschießen und noch ein paar Probleme machen. Ja, wie nah kann ich denn bitte hier heranzoomen? Beziehungsweise, wie nah sieht man das Ganze? Haha, cool. Ähm, ja, ich verstehe das irgendwie nicht. Was würde jetzt da passieren, wenn ich... Ähm, das hier tue? Weil ich kann ja hier jetzt halt nur neu starten. Beziehungsweise laden. Ähä. Hä? Seltsam. Also irgendetwas scheint mit dieser Plotnummer nicht zu stimmen. Was ist das wieder? Jetzt will ich mal versuchen, dieses Schiff, äh, auf die Seiten der, einmal mit, äh, auf die Seiten der Terraner zu bringen und einmal auf meine Seite, da ich das Schiff wieder nehme. Weil irgendetwas stimmt da gewaltig nochmal nicht. Also es kann nicht sein. Äh, äh, weil nicht, dass da mal was falsch programmiert worden ist durch, ähm, äh, durch die Mod selber. Seltsam. Äh, puh. Hab ich los zum Aussteigen da, Zwinger? Ne, 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 ne. Objekte im Besitz... So, und nun? Winters ist nicht hier. Lasst uns die Terraformer erledigen. Ja. Ich werde das Argonenschiff aufhalten. Okay, das scheint zu funktionieren. Also warum auch immer... ...kommunikation zu dem ZBO-Schiff wieder herstöpft. Die Vereinbarung steht, mein Freund. Pilot, wir haben eine wichtige Aufgabe für Sie. Bitte bringen Sie Takio und einige weitere Repräsentanten von Orwell zur Erde. Also wieso das hier nicht, äh, gezählt hat, ich weiß es nicht. Ich muss das leider so machen, weil ich will nicht hier, äh, äh, 10 Stunden lang nur mich um dieses Schiff hier kümmern. Rollen Sie mich bitte von folgender Station ab. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Reise. Ja, gut, das kann ich gerne tun. Weil dieses kleine Schiff ist ja zerstört worden. Oder dieses Nest. Wow, 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 wow. Und tschüss. Na, komm schon. Die L hat doch keine Chance. Oh, tschüss. Alter, wie viele Raketen fliegen hier herum. So, wo muss ich jetzt da hin? Ah. Ähm, Moment mal. Ah, ne, das ist eine andere Station, okay. Das ist eine andere Station. Ich dachte schon, ähm, wäre es auch ein bisschen bescheuert, wenn dieses Nest genau diese Station, ähm, zerstört hätte. Weil da hätte ich müssen hingehen, nochmal den vorherigen, äh, Ladestand, ähm, ja, Spielstand laden und heute das Nest, äh, per Sheet zerstören. Also, what? Egal, wie man es nimmt, das ist immer alles das Gleiche. Ne, die Station wurde wieder aufgebaut, sehe ich gerade. Aha. Das ist die Station. Und das Nest ist nirgendwo mehr zu sehen. Okay. So, die Scabber, äh, nein. Docke an, auf. Oh, das ist ganz da oben, sehe ich gerade. Ach, du Scheiße. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Die andere Station ist ja ganz da oben. Das sind keine Informationen. Hm, was war das jetzt da gewesen? Hm, ah, egal. Ich hatte nur hier, äh, irgendwas, was vibrieren gemerkt, aber am Handy war es nicht gewesen. Mhm. Hm, das sind noch mutierte Weltraumfliegen. Hm. Ähm, wie viel, was habt ihr denn für Schilde drauf? Was, das Nest ist noch da? Kills 8. Ach, da unten ist das Nest. Okay. Okay, dann würde ich sagen, habe ich eine Chance gegen die? Normalerweise ja, ne? Aber die, die haben, das Nest hat neun Kills. Ach, du Scheiße. So, pass mal auf. Bevor du mir noch weiter auf den Keks gehst, mach ich es lieber so. Moment. Moment. Ah, gut, okay, die haben jetzt einen Schaden bekommen. Durch, äh, durch die Zerstörung der jeweiligen Station. Ja, 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 ja. So, aber jetzt habe ich erstmal nochmal das hier. Ähm. Sorry, ich musste das leider tun, weil ansonsten hätte ich da ein Problemchen gehabt. Ich hätte da wirklich ein Problemchen gehabt. Ich dachte, die hätte das, äh, Sonnenkraftwerk zerstört. Oh, ich sehe gerade, seit dann waren hier bei Alltune ein Loch drin gewesen, diesen, diesen großen Felsbrocken. Ich wusste nur, dass dieser Felspogman eine eigene Atmosphäre hatte und ich bin damals immer daran zerschellt. Was ich auch nie verstanden habe. Ziel ist nun in Feuerreichweite. So. Vernicht alle Feinde. Zertiert. Die sind verdammt schnell. Die sind verdammt schnell. Das terranische Volk dankt ihnen für ihre Hilfe beim Kampf gegen diese Bedrohung. Hm. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so nervig sind. Diese kleinen Viecher hier. Aber, ja, das tun sie. Okay, das tun sie wirklich. Okay, ich fliege hier hinten zur Station. Okay, die lassen ab. Hm. Aber dass die so nervig sind, hätte ich jetzt noch nie gedacht. Hm, egal. Aber keine Raffe hinterlassen. Nur Raum fliegen, Raum fliegen. Ah, ja, was ich eh nicht brauche. Okay, dann. What? Was war das denn? Hä? Jetzt sag bitte nicht noch irgend so ein Schiff. Nee, gut, okay. Wenn es da wieder so ein komisches Netz gewesen wäre, ich wäre ausgeflippt. Ganz ehrlich, ich wäre wirklich ausgeflippt. Sie sprechen mit dem Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichten... So. Ja, angedockt. Äh, wo muss ich den hinbringen? Äh, wo muss ich den hinbringen? Fliegen zum Mond? Moment, das geht ja nicht. Hehehehe. So, ich muss ja erst hier zur Astrieten-Gürtel fliegen und Kerstausuntergang. Der Tor ist genau, so hieß es ja noch bei der Erde. Ja, lange, lange ist es wirklich her. So, und dann Schiffswerft Docker an. Wow, 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 wow. Autopilot. Ja. Ganz ruhig, brauner. Das wäre ein bisschen mies gewesen. Okay, hier würde ich jetzt noch den Reiseantrieb verwenden. Bei dieser Geschichte. Weil der Weg ist auch wieder relativ ein bisschen weit. Aber sobald ich ja dort bin, äh, ist ja eh die Folge wieder vorbei. Ah, Gott. Der ewige, lange Flug. Ich würde es gerne schneiden, aber da würde es, glaube ich, wieder um Probleme geben mit dem, äh, hier mit der Webcam, äh, dass der Ton nicht mehr synchron ist, äh, mit meinen Lippenbewegungen, weil das Problem hatte ich mal, gehabt mit Freelancer. Da muss ich leider das Video schneiden. Auf drei Folgen. Und bei der ersten Folge lief alles gut, aber bei den nächsten Folgen, ja, war das alles asynchron gewesen. Aber, äh, nur das Bildteil von der Webcam. Alles andere hat soweit gepasst. Also da werde ich halt wahrscheinlich hingehen und, äh, dort die Webcam nicht mehr benutzen. Mich würde das schon stören, wenn da schon ein paar Millisekunden, äh, ein Unterschied wäre, ja. Also, da muss ich sagen, da muss es bei mir schon eher ein bisschen perfekt sein. Ja, ja, das, das tun sie definitiv, aber hättet ihr Sprungantriebe, wäre es noch ein bisschen schneller. Ah! So, ist überhaupt meine Wider angekommen? Ja, Wider ist da. Ja, gut, okay. Dann habe ich mir auch überlegt, ähm, ups, äh, noch mehrere Uni-Händler zu holen. Es ist die Frage, die werden eigentlich auch ganz nett mit 16.000 Einheiten, aber die sind mir zu langsam. ich brauche schnelle Schiffe, ja. Bergbauschiff. Aha, okay. Also, eher relativ schnelle Schiffe brauche ich, also schnelle Transporter. Und da wären dann halt die Schiffe von Altwin wären da sehr gut dafür geeignet, ja. Äh, die Springplossen. kostet mich halt 5,9 Millionen das Stück. Aber dafür sind sie sehr, sehr schnell. Ja? Ähm, wo habe ich es dann? Enzyklipidee, ja, Schiffe. Ähm. Unbekannt, was ist denn das? Nest, okay. Zu was gehört denn das? Ne, zu den Xenens gehört das nicht. Ähm, Agonen? Ne, es sind auch keine Agonen. Zu was gehören nochmal die die Leute von Altwin? Schatten? Ne. Gona? Ne. Kahak auch nicht. Sind das doch die Terraner? TS Altwin? Nein. Hä? Unbekannt, Xenon, Yaki, nein. Äh, Moment. Zu was gehört Altwin? Terraner. Was gehört zu den Terraner? So, und die Springplossen, wieso kostet die hier 6 Millionen? What? Die Springplossen. Aber die hätte jetzt, sag ich mal, 2000 Einheiten. Ist zwar jetzt eigentlich viel, aber dafür hat sie ordentlich viel an, äh, Geschwindigkeiten. Und halt als kleine Schiffe würde ich hier eher die, äh, Spitfires nutzen. Aber auch die haben, glaube ich, nicht so viele, äh, Waffenmöglichkeiten an Bord. Aber wieso finde ich jetzt da hier das, äh, die Schiffe nicht mehr? Es waren Terraner, definitiv. Aber ATF? Nee. So, Terraner. Habe ich das irgendwie falsch gelesen? Nee. Mani, TM. Schori, keine Superfrachter. Okay, TL. Ah, nee, stopp, das war eine M6 gewesen. Genau. Das ist eine M6, die Springplossen. Ah. Ja, ja. Äh, theoretisch experimentelle Version der EM-Plasma-Kanone und halt Materie-Antimaterie-Werfer Pipapo und die Spitfire Shuttle dran. Typ 9. What the fuck? Ja, warum nicht? Aber Typ 9, was ist denn Typ 9? Einmal 200 Megachute? Oh, die sind ja eigentlich auch relativ... Naja, es geht eigentlich. Typ 10. Hm, egal, ich flieg mal weiter, bevor... Ich flieg mal drauf zum Mond, ich werde dort irgendwo landen und dann ist ja die Folge definitiv vorbei, weil ich hab mich ja seit ein bisschen zu lange aufgehalten hier mit der ganzen Geschichte für zu suchen. Wohin? Wieso ich ihn nicht finde? Äh, er hat eine Ausbildung, er hat ein Schiff betrieben, ein schwarzer Teufel. Ah, genau, die hab ich ja auch vergessen. Aha. Die hab ich ja auch vergessen. Wo ist denn der schwarze Teufel? Schwarzer Teufel. Es sind noch nicht alle da. Da sind noch welche. Genau. Die brauchen noch ein bisschen. Die brauchen relativ sehr, sehr lange, hab ich das Gefühl. So, und dann noch nachschauen mit meiner Station. Ja, gut, okay. Ähm, gelandete Schiffe. Bom. 108. Passt auch. Ihr stellt wieder her. Ja, gut. Da hab ich mal ein bisschen Ruhe. Ja. Da können die wieder in Ruhe, ähm, Torpedos herstellen. Dann wird mein Schiff wieder ein bisschen bestückt. Und dann bin ich bereit für den Angriff. Oh. Jut, jut, dann... Erreiche System. Win Autopilot deaktiviert. Achso, das ist ja erst die Venus. Äh. Shit, ey. Winters hat uns viel über eine Gemeinschaft, Aliens und hunderte besiedelte Sektoren berichtet. Jackson hat uns über den wachsenden Konflikt zwischen der Erde und den Aliens berichtet und wie sie mit ihren Ressourcen eine ständige Bedrohung darstellen. Er glaubt, dass wir unser deaktiviertes Tor dazu nutzen können, wieder Zugang zu den alten, unbevölkerten Teilen des Tornetzwerks erlangen zu können. Boah, wieso ist meine... meine Webcam so heiß? Sorry. Boah, wieso sind die so heiß? Liegt das am Monitor? Ja, es ist irgendwie... Die Webcam, die ist wahnsinnig heiß. Der Monitor ist allgemein relativ... handwarm, muss ich sagen, aber irgendwie... Wow. Fließt doch wirklich so viel Strom durch das Kabel. Das hätte ich jetzt noch nie gedacht. Gut, äh, ja, ähm... würde ich sagen. Ich mache hier mal Feierabend und werde mal noch kurz vor dem Tor werde ich schnell die nächste Folge anfangen, ja? Also, bis dann, tschüss!